Servus miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Streamer-Entgnügung. Morgen Abend ist es schon wieder soweit, da gehe ich euch ab 20 Uhr auf Twitch mal wieder ein bisschen auf die Nerven, egal ob ihr wollt oder nicht. Und ja, was wir dann so schönes nebenbei spielen werden, das ist jetzt noch die große Frage. Aber ich denke, wir könnten mal wieder in ein Survival-Game reinschauen. Vielleicht wird es Valheim, vielleicht schauen wir aber auch in ein Spiel rein, wo wir einfach bisher noch gar keinen Blick reingeworfen haben. Sehen wir ja dann. Und ja, euch jetzt noch an der Stelle, wie immer, einen schönen Freitagabend und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich morgen. Macht's gut, bis dahin. Servus.